Scheiße Granaten ey Schon wieder Hammert bald mit euren Scheiß Granaten Ich mach dich fertig Begon Geh, 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 geh Schuss! Geht Cloudwrecker! Geht Cloudwrecker! Los! Los! Der Angst zum Atma, Schwecker! Greif, WEB-Greifen, Ziel an! Greife Ziel an! Ich fasse es nicht! Starker Schuss, Rekka! Rekka, such doch einen Weg herein! Rekka, such doch einen Weg! Präsentation! Bewegt dich! Aufpassen, ich ranfe das Feuer! Das ist ein Teufel! 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 Feuer! Das ist ein Teufel! 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 Er schreibt okay So Ich muss ja mal suchen Richtige Suchpartie ist das hier Da muss ich richtig suchen Hier oben oder Oder? Hm Nee Hä? Willst du mich komplett verarschen? Hä? Kann ich euch ernst sein? Wo ist denn der? Äh Hier oben? Nee Nicht wirklich Und wenn wir in dem vorbeikommen wären Dann hätte er doch auch geschossen, oder? Warte mal Hier? Zerstöre den Damen Ja, schön Äh Äh Ich muss da rüber laufen, oder wie? Nee, hier rüber Darüber muss ich Okay Ich vielleicht Muss ich vielleicht Hallo Muss ich das jetzt verstehen? Hier muss da noch wer sein So wie die Deckung gehen Äh Äh Auch Leute Helft mir mal Was ist das? Nix So, ich hätte auch herbekommen Okay Hier ist Kena Hä? Leute Was soll der Mist? Muss ich hier drüben? Hä? Hä? Äh Das wusste ich natürlich Naja, das wusste ich Ich warte jetzt mal, bis sie bei den Flitpiepen hier kommen Mhm Wir geben dir von hier aus Deckung Wenn du vorrennst und dein Leben verriskierst Das ist geil So stehe ich mir das vor Tot Wie ich mir so lebensfroh, würde ich sagen Äh Äh Wer enden wir momentan? Nee Tot? Tot? Wohin? Da unten die beiden, oder wie? Hier Futtert mal Oder Futter mal Ach, ich kann scheiß drauf Jetzt Ich wollte hier nicht in die Luft gesprengt werden Ja, was hab ich jetzt bekommen? Kann ich rauszeichnen? Mann, Mann, oh geht nicht Äh Doch, wieder auf die Straße, oder wie? Hä? Hä? Loll, von wo kommen die denn? Hä? Hm Was soll der Scheiß? War ich nicht. Jetzt bin ich... Niles. Da oben der Kleinen Ruden. Filz oder wie? Ach, weißt du was? Mit dem gebe ich mich jetzt gar nicht mehr lange ab. Ich gehe der Ex hin. Fresse, es ist schlimm. Chill. Da oben. War der Hedi noch da? Nee. Na komm, weißt du was? Fress. Das. So. Zerstöre den Namen. Weiter geht's. Hör auf zu Sirenen, du scheiße Sirene. Hör auf zu Sirenen, du scheiße Sirene. Ja, das war jetzt. Best Deutsch ever. Ich probiere jetzt einfach mal die UMP aus. Die UMP Drohne. Nicht was. Weiter geht's. Hab schon gefunden. Ist das nicht gut? Oh, oh. Okay, okay. So. 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 Tschöööö. Oh. Hast du freigeschaltet? Hast du freigeschaltet? Nice. Alter. Schwede. Ich hoffe mal, dass du was getrocknet hast. Naja, jetzt nicht. Okay. Och, Leute. Chillt. Ich bin auch mal ein einfacher Soldat. Mit einer ganz besonderen Mission. Deckung ist nicht mehr so. In Russland, ne? Deckung, null. Defensiv ist vordringend. Auch nicht mehr bei den Amerikanern. War das eigentlich schon mal so? Defensiv? Amerikaner? Nicht so, ne? Oder? War das schon mal irgendwie was defensives bei den Amerikanern? Ja, jetzt schießt er. Ich glaube, wir müssen jetzt direkt über der Stelle für die Primärlader sein. Müssen wir hier rein, oder? Ach, der kommt noch dahinten. Ja, in der Zeit putze ich mir mal die Nase, meine Freunde. So. Muteln. Bis gleich. Hey, Rack. Wir haben hier einen Abzug. Ja. Glitzmerker. Das muss ich dir lassen, Hannah. Du hast Ahnung. Moment. Das stimmt. Chang ist unser Feind und wir sind auf derselben Seite. Aber wenn das alles vorbei ist, wir gewonnen haben, wovon ich ausgehe, wird China mich brauchen. Ich darf nicht vergessen, wer ich bin und woher ich komme. Ich verstehe dich.